Musik Hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer weiteren Ausgabe von Time2Do Spezial. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine breite Kollektion von Schungit-Produkten vorgestellt. Es gibt zwei Arten von Schungit. Einmal den normalen, der auch ein bisschen färbt, wenn Sie sehen, ich habe gerade schwarze Finger, weil ich mir viel angeschaut habe. Und den Edel-Schungit, der glänzend ist, eine andere Schwingung hat und nicht abfärbt. Und dazu habe ich den Mann im Studio, der sich gut damit auskennt, der aus dem Land kommt, der die ganzen Gebiete kennt und natürlich auch die Wirkungsweisen. Sie kennen ihn, natürlich auch mit anderen Dingen wie paranormale Chirurgie und Tao-Yoga. Herzlich willkommen, Nikolai Lackmann. Ja, guten Tag. Nima, du könntest schon fast bei uns einziehen, so oft wie du bei mir bist. Ja, schon langsam, ja. Aber es macht Freude. Du hast immer neue Dinge. Ich kriege immer sehr viele tolle Rückmeldungen, wie du arbeitest, ob das die paranormale Chirurgie ist, ob das Tao-Yoga ist. Da, wie gesagt, hast du dir schon einen guten Namen gemacht. Auf, wir haben oft darüber gesprochen, das Thema Schungit. Die Leute wissen, es ist etwas, was aus einer anderen Welt kommt. Es gibt es nur in der Nähe von Karelien. Von Karelien. Von Karelien, Entschuldigung, ja. Dort sind diese Minen. Es wurde auch jetzt beschränkt, habe ich mitgekriegt, der Edel-Schungit abzubauen. Da wird nicht mehr so viel exportiert. Da will man das natürlich gucken, weil unendlich ist es nicht vorhanden. Genau. Jetzt hat der Nikolai natürlich Folgendes gemacht. Die Kollektion finden Sie sowohl bei uns im Shop, als natürlich über die eingeblendete Webseite. Dort finden Sie die Gesamtkollektion. Wir nehmen immer nur die fünf, sechs stärksten Produkte und tun die zu uns in den Shop, weil wir wollen nicht Konkurrent sein, sondern Ergänzung und die Menschen, die unterschiedliche Dinge bestellen und irgendein Schungit-Thema dazu, die sind beim Time-to-Do-Shop richtig. Wenn Sie aber rein nur die Schungit-Produkte wollen und mehrere Sachen, bestellen Sie es gleich über die Webseite vom Nikolai Lackmann, lackmann-schungit.com. Ja. Da kann man alles live schauen, alles anfassen, halten, Energie spüren, alles kann man dort erleben. Genau. Und auch entsprechende Informationen. Ja. Es gibt auch Informationen, die der Nikolai weitergibt, die aus Erfahrungsberichten stammen, von Menschen, die es genutzt haben. Und was wir heute neu vorstellen wollen, was ganz spannend ist, ich nehme es mal, eins werfe ich dir rüber und eins behalte ich. Jetzt haben wir da so Päckchen in der Hand, jetzt denken die, was machen die denn jetzt? Schon geht es doch an Stein. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass das hier Pulver ist. Ja, jetzt sieht man es gut in der Kamera. Nikolai, was mache ich jetzt? Streue ich mir das über das Ei morgens oder was mache ich damit? Nun, daraus kann man zum Beispiel eine Gesichtsmaske machen für das Gesicht. Aha. Weil es gibt auch viele Berichte, in Russland habe ich auch einiges nachgelesen, gibt es Berichte, wo diese Pulver als Maske, wenn man das benutzt, gibt es verjüngende Wirkung für die Haut auch zum Beispiel. Und Mineralstoffe natürlich, einfach gesund für unsere Haut. Also es entgiftet, es verjüngt die Haut, indem es Stoffe rauszieht, die halt nicht gut sind für uns. Und es gibt auch eine dauerhafte Information rein, weil es schon gibt Bakterien, also müsste unreine Haut eigentlich auch weggehen. Ja. Weil er nimmt das mit. Und wie gesagt, wie ist es denn anzurichten für eine Gesichtsmaske? Es ist wirklich ganz einfach. Sie nehmen einfach zwei Teelöffel Pulver und drei Esslöffel Wasser und vermischen das Ganze. Und halt je nach Menge, wenn man mehr braucht, macht man dann immer zwei Teelöffel Pulver, drei Esslöffel Wasser. Also das heißt, wenn ich die doppelte Menge brauche, hätte es vier Teelöffel Pulver und sechs Esslöffel Wasser, dann hätte ich die doppelte Menge. Genau. Das eine ist ja eher das Schönheitsthema, wenn wir uns das ins Gesicht machen. Ich würde das, Sie kennen mich, liebe Zuschauer, ich probiere das selbst aus. Ich spüre mich so gut mittlerweile durch die ganzen Dinge. Und warum können wir als Männer nicht schöner werden? Ja, das ist ja okay. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus, wie es wirkt, um festzustellen, was macht denn meine Haut? Wie reagiert sie denn drauf? Fühlt sich das für mich angenehm an? Und wie ist danach das? Ist es frischer? Es sind kleine Hautunebenheiten, Hautunreinheiten dadurch weg. Wenn man so einen Erfolg natürlich erzielen kann, fantastisch. Denn Verjüngungseffekt habe ich auch schon gelesen. Ich traute mich nur nicht, es zu sagen. Ja. Und für Gelenke. So, wollte ich gerade sagen. Genau, passt auch auf Gelenke, auf Schultergelenke zum Beispiel oder auf die Halswirbelsäule, wenn jemand solche Beschwerden hat oder Kniegelenke. Also das hat auch diese Wirkung dann. Also auf der einen Seite haben wir die reinigende, die Anti-Aging-Wirkung, sage ich mal so. Und auf der anderen Seite, es hat auch eine Wirkung und da gibt es ja sogar Bücher darüber und Informationen im Netz. Gerade, Sie kennen das, Arthrose. Plötzlich fangen die Gelenke an zu schmerzen, weil sich Ablagerungen gebildet haben. Und bei jeder Bewegung an den Händen, an den Ellbogen, an den Knien fangen die Leute an zu ächzen. Oft wird er eingeschmiert oder Schmerztabletten genommen. Probieren Sie es mal mit der Mischung, so wie es der Nikolai gerade gesagt hat, mit diesen zwei Teelöffeln Pulver, drei Esslöffel Wasser und bringen es einfach mal aufs Knie, auf den Ellbogen, auf die Hände auf. Wie lange muss man es wirken lassen? Was wird empfohlen? Ich empfehle es auch eine halbe Stunde. Und dann kann man das abwaschen. Genau. Das ist doch bequem, wir sind so abends, wenn man da sitzt, so was weiß ich, Fernsehen schaut oder beim Lesen, Sie legen sich Ihr Buch hin, schmieren die Hände ein. Lesen können Sie mit den Augen, brauchen Sie die Hände nicht unbedingt. Oder die Knie. Entscheidend ist, spüren Sie, wie das entspannt und entgiftet, wie es das Gelenk wieder entlastet, wie wir da natürliche Informationen in den Körper kommen und uns unterstützen. Es ist kein Heilmittel. Es heißt auch nicht, dass es bei jedem gleich wirkt. Ich sage das immer und immer wieder, weil die Menschen natürlich dann immer, oh, da hat er gesagt, es heilt. Nein, sage ich nicht. Es unterstützt unsere Prozesse. Heilen können wir uns nur selbst. Das wissen wir mittlerweile auch. Aber nicht nur das hast du uns neu gebracht, quasi das Pulver jetzt. Wir haben da vorne auch ein paar Sachen noch stehen. Ich möchte mal gleich mit dem, was da in der Mitte liegt, beginnen. Jetzt gibt es auch Armbänder, die größenverstellbar sind mit Edelschungit. Genau. Was bewirkt denn der Edelschungit, wenn ich ihn am Körper trage oder am Arm permanent? Edelschungit, das ist natürlich diese seltenere, reinere Form. Das wird noch stärker als normale, sagen wir so. Ist hochglänzend. Genau, hochglänzend auch. Sieht auch etwas anders aus. Und das wirkt komplett auf alles, auf unseren ganzen Körper. Egal, was ist, auf Organe, auf Psyche, auf Gelenke. Aber wirklich ganz verstärkt. Und reinigt unsere Energie, Energiefeld, steigert unsere Energielevel, sodass wir energievoller sind, kann man so sagen. Also das hat wirklich Wirkung auf alles Mögliche, was wir brauchen. Also ich meine, du wendest das ja auch alles selbst an. Und wir reden ja oft miteinander, dass du mir sagst, Mensch, heute war jemand da, der hat das jetzt so und so lang und hat das und das und das erzählt. Wobei wir immer sehr vorsichtig sind und unserer Verantwortung auch bewusst. Es gibt keine Wundermittel. Und man kann nicht sagen, wenn ihr einen Schumgit habt, werden wir nie mehr krank und alles ist wunderbar. Das wäre Blödsinn. Aber es ist unterstützend. Der Mensch ist ja auch immer wieder gefordert, selbst zu involvieren, selbst etwas zu tun und nicht einfach zu sagen, so, jetzt führe ich mein Lotterleben weiter, steck mir drei Schumgit in die Hose, sag, häng mir zwei um den Hals und alles ist gut. Das ist natürlich Unsinn. Was wir noch haben, wir haben hier unter den Figuren hängen so runde Embleme. Und wir sehen hier auf den Kugeln, die sind an einer Seite abgeflacht. Wenn die Kamera da mal ganz nahe dran geht und das vielleicht alles mal einfängt. Und da sind auf der Frontseite, Dankeschön, sind Symbole drin. Das sehen wir hier und natürlich auch auf der anderen Seite. Und wir sehen auch hier hinten die beiden Anhänger, die wir da hängen haben. Da sind auch Embleme drin, genauso hier in dem Obelisk, der hier steht. Ich drehe den mal noch ein bisschen. So, jetzt sieht man es besser. Genau. Also, was bedeutet das? Blume des Lebens, Om-Symbol, ähnliche Dinge gibt es Standard. Im Vorgespräch hast du mir eine ganz tolle Information gegeben. Ich hatte gesehen, dass der Nikolai auch so ein Medaillon hat mit einem Sternzeichen drauf. Und da sage ich, oh Gott, das will mir jetzt noch alle zwölf Sternzeichen drauf machen. Hast du eine riesen Kollektion. Und dann sagt er, ist ganz wichtig. Was ist der Hintergrund bei den Sternzeichen? Genau, weil, wie man weiß, vom Schungide neutralisiert ja alles Negative, kann man so sagen. Das bedeutet, beim Sternzeichen sagen wir so, ich habe jetzt Sternzeichen wieder. Und wenn man diese Anhänger trägt, dann neutralisiert er die ganzen negativen Eigenschaften. Und kann man sagen, fördert oder verstärkt die ganzen positiven Eigenschaften von meinen Sternzeichen. Also das bedeutet von mir, kann man so sagen, direkt von dem Mensch, von der Person. Aha. Das ist der Hintergrund. Die positiven Eigenschaften werden gefördert, die negativen Eigenschaften werden eliminiert, sage ich mal so, oder zumindest so weit, dass sie nicht mehr so schlimm sind wie. Genau, dass sie nicht nach vorne die ganze Zeit gehen. Genau. Also das heißt, der Schungid hat auch so ein bisschen was Mystisches irgendwie an sich. Weil er ist ja nicht von dieser Welt. Ja. Und da merkt man doch, dass da Dinge drin sind, die man eigentlich so mit unseren Worten ganz schwer erklären können. Genau. Aber sie vergehen halt. Ja, ja, das hat eine ganz interessante Wirkung. Wirkungsweise hat wirklich große Bandbreite. Das ist jetzt wirklich, brauchen wir wahrscheinlich 100 Sendungen, um alles zu erklären, was da alles gibt. Wir werden uns auch, haben wir vor der Sendung kurz versprochen, nochmal mit ein paar Spezialisten in Russland zusammensetzen. Das wirst du in der Hauptsache tun. Ich habe da so ein Sprachproblem. Mein Russisch ist nicht so gut. Und da denen ihre Erfahrungswerte, weil es wird sogar im Medizinischen eingesetzt in Russland. Gibt es auch, ja, Bereiche. Und da gibt es auch, wie gesagt, auch diese, wird so zerrieben mit Wasser, dass es als Gel oder als so wie sie, dieses, wie heißt das bei uns, Fangro. Das ist auch so schwarze Erde, die dann mit Wasser vermischt wird, wo der ganze Mensch da so hineingelegt wird. Und das wirkt natürlich auch auf den Körper. Also ist das Gleiche letztendlich in Rot. Ja. Nochmal, was ich Ihnen sagen wollte zu diesen Emblemen. Was ist möglich? Jetzt wissen wir ja das Thema Werbung. Jetzt hat, wenn ich jetzt diese runde Fläche sehe, jetzt sage ich mal ein paar Automarken, die runde Symbole haben. Die kennen wir alle. Die eine kommt aus Bayern. Die andere hat gerade einen Dieselskandal hinter sich und die dritte fährt einen Stern. Also, was hören wir? Was wissen wir? All diese Embleme können natürlich auch werbetragend. Und wenn ich heute als Unternehmer hingehe und sage, ich möchte Kundengeschenke, ich möchte Werbegeschenke. Wenn ich jetzt dann hingehe und irgendwelche Kugelschreiber, Feuerzeug oder irgend so ein Gram, Baumwolltaschen, was sie da alles machen. Naja, gut, ist ein Giveaway. Da bin ich auch dankbar. Aber es transportiert keine große Wertigkeit. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, mein Kunde ist mir was wert. Ich gebe ihm einen Schungit-Anhänger und mache da zum Beispiel mein Logo drauf. Oder verschenke an Weihnachten so eine Schungit-Kugel, die in einem Raum auch die Schwingung natürlich abgibt und den Raum leichter und luftiger macht. Und bringe da drauf mein Firmenemblem oder mein Logo. Sowohl hier, als auch auf den kleinen Obelisken, als auch auf den Kugeln ist das möglich. Wenn Sie da gewisse Fragen haben, wenden Sie sich direkt an den Nikolai Lackmann. Er klärt das ab. Sie können auch, was weiß ich, jetzt verschenken die Embleme mit der Blume des Lebens auf der einen Seite. Und hinten zum Beispiel wäre auch möglich, eine Widmung drauf zu machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will draufschreiben, alles Liebe, Manfred. Ja, ja, da kann man alles drauf machen, was man will. Jeden Satz, jedes Bild, jedes Logo, alles Mögliche. Also da gibt es für Fantasie keine Grenze. Das wird wahrscheinlich über Lasergravuren dann gemacht und so weiter. Und da wissen wir ja, im Computerprogramm kann man alles einspeichern. Und solange es das System machen kann, tut es es natürlich. Ich fasse nochmal zusammen. Neu haben wir heute. Einmal das Pulver. Warum das Pulver? Erstens mal Anti-Aging-Wirkung. Zweites Mal Regenerative Wirkung. Was noch gut ist. Oh, das muss ich noch sagen. Einen Punkt hätte ich jetzt beinahe vergessen. Für Stauchungen und Verzerrungen. Ja. Da wirkt es anscheinend Wunder. Ja, genau. Sie haben sich mal überdehnt, beim Sport vielleicht nicht warm gemacht oder überlastet. Plötzlich schmerzt das Gelenk, der Muskel. Wir kennen das, Sehnescheideentzündung. Leute, die den ganzen Tag da an Computern und Mäusen rum. Plötzlich fängt sich an, hier die Sehne zu entzünden. Machen Sie genau das. So, wie das der Nikolai gesagt hat. Was war das? Zwei Teelöffel Pulver, drei Eislöffel Wasser. Genau. So anrühren, einfach auftragen. Und dann hat sich die Frau einfach aus Stoff so ein Schutzverband drumherum gemacht. Zum Beispiel. Das ist nicht versaut überall. Weil es ist halt schwarz und kohleartig. Und sagte, nach zwei Tagen alles weg, konnte sofort wieder bewegen, keine Schmerzen mehr, perfekte Regeneration. Und sie meinte sogar, dass es besser jetzt bewegen kann wie vorher. Ja. Obwohl es angegriffen war. Ja, ja, genau. Also da gibt es schon einiges. Nikolai, du hast uns noch was mitgebracht. Was hat es denn mit den Figuren auf sich? Es gibt verschiedene Figuren. Zum Beispiel diese Merkabas. Das ist das. Diese, so wie das aussieht wie Stern. Zwei ineinander geschobene Pyramiden. Kann man so sagen, ja. Und das ist ja von der Geschichte her von der Merkabas. Da gibt es wirklich eine sehr, sehr große Geschichte. Aber kurz zusammengefasst, die begleitet uns bei unseren Entwicklungsprozessen und fördert ihn auch natürlich. Also kann man sagen, kann man von Geburt an und bis zum Lebensende, kann man so sagen. Begleitet uns diese Merkabas und macht das, dass wir uns wirklich so viel wie möglich in diesem Leben entwickeln. Also das heißt letztendlich, das wäre ideal, um zum Beispiel, ach, das würde auf meinem Schreibtisch gut passen, sehe ich gerade. Ja. Also das könnte auf ihrem Schreibtisch stehen, auf ihrem Pult, zu Hause, in ihrem Wohnraum, auf einem schönen Ort. Und jetzt sehe ich ganz vorne, wenn es die Regie nochmal einblendet, bitte, ganz vorne haben wir das Kleine in klein liegen. Warum gibt es das denn auch in so klein? Nun, das war gedacht, wenn jemand das mitnehmen möchte, diese ganz Kleine, das zu mitnehmen. Also kann man in die Hosentasche reinmachen oder in die Jackentasche oder einfach in die Schultertasche und so weiter ins Ranzen. Dass man einfach immer dabei hat. Das heißt, dann geht die Information permanent, wird die auf unser feinstoffliches System übertragen und schaut dann, dass es zu unserem Wohle agiert. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Schungit so hochschwingend ist, dass er eigentlich grundsätzlich, wenn man ihn bei sich trägt, schon dazu beiträgt, dass die Schwingung der Menschen langsam angehoben wird und immer ein Reinigungsprozess damit einhergeht. Hast du die gleichen Erfahrungen? Ja, ja, das ist genau das, was Schungit auch noch zusätzlich macht. Ist auch, kann man sagen, noch eine Wirkung, wo Schungit hat, weil der hat, wie gesagt, richtig viele. Also eigentlich in jede Richtung, wo es gibt. Und Wasser? Genau, und Wasser auch. Ganz, ganz wichtig, Edel Schungit ins Wasser. Hier bei uns im Studio gibt es keine Karaffe, kein Wasserbehältnis, wo nicht Schungit drin ist, außer in dem Wasserspender. Da kann ich natürlich nicht die Dinger aufmachen und ihn da rein tun. Da geht es nicht. Aber wenn das Wasser dann in einer Karaffe abgefüllt wird, da ist schon Git drin. Erstens Schwingung hoch, zweitens Entgiften, drittens Keim- und Bakterienfrei. Was will ich mehr von einem guten Wasser als diese Attribute? Was wir noch erwähnen wollen, ist vielleicht da ganz links liegt eine Kette. Hier habe ich sie nochmal. Die hatten wir auch in der anderen Sendung schon gezeigt. Es gibt nicht nur diese wunderbare Edel Schungit. Das ist normal. Normaler Schungit poliert, oder? Ja. Nicht nur diese wunderbare Halskette, die Sie tragen können, aus dem Schungit. Nein, es gibt auch das passende Armband und die passenden Ohrstecker dazu. Aber jetzt haben wir irgendwas anders. Und hier sehen wir es bei der Delikt ganz am Rand. Plötzlich ist ein... Verschluss daher. Genau. Die letzten waren geschlossen und jetzt hast du es mit Verschluss. Was ist der Hintergrund? Für manche Leute war die Kette zu klein. Der Kopf war halt zu groß und die Kette war zu klein. Und deswegen haben wir jetzt noch welche in solchen Fällen mit Verschluss gemacht. Damit er auch über einen großen Kopf geht. Im großen Kopf ist ja viel drin. Das ist ja gut, dass es so ist. Ergo können wir jetzt mit Verschluss auch Armband? Armbänder gibt es normal, weil die sind dehnbar. Ah, die haben das Gummi drin. Genau, deswegen. Die kann man einfacher. Also Armbänder sind dehnbar, Ohren mit den Haken dran. Das ist Standard, auch wie alle anderen. Und die Schungit-Halskette beim Bestellen darauf achten, mit oder ohne Verschluss bestellen, weil es beide Arten gibt. Genau, und Verschluss ist aus Silber auch. Also nicht aus irgendeinem komischen Metall, sondern aus Silber. Ah, da achtest du natürlich auch drauf, dass keine Stoffe wie Nickel oder sowas dran ist, weil wir wissen, viele Menschen sind heute allergisch und haben Reaktionen auf solche Stoffe. Deswegen muss es hochwertig sein. Sie sehen, liebe Zuschauer, warum habe ich das heute wieder gemacht? Worum geht es mir? Dass wir uns einfach immer mehr mit der Natur umgeben, mit natürlichen Dingen. Natürlich kann ich zu Hause auch alles Mögliche hinstellen. Und wenn ich heute durch die Geschenkeläden gehe, aus Plastik gibt es heute alles. Und gut, kann ich mir auch in die Wohnung stellen. Ich kann mir auch ein Stück Papier an die Wand hängen. Oder ein Bild, was jemand gemalt hat, wo seine Schwingung, seine Intention, sein Streben mit drin ist und das schwingt. Oder ich gehe heute hin und stelle mir schöne dekorative Dinge. Wenn ich durch die Boutiquen der Möbelhäuser gehe, sehe ich alles Mögliche, Skulpturen und so weiter. Oder ja, hat irgendein Künstler irgendwann mal gemacht, dann wird das reproduziert und dann steht das zum Beispiel vom Dali, habe ich da letztens eine Skulptur gesehen, die ist jetzt anscheinend freigegeben und gibt es in den ganzen Möbelhausbuttiken. Aber, wenn es jemanden quellt, ohne Zweifel, was bringt Ihnen das, wenn Sie das zu Hause hinstellen? Gut, es mag schön aussehen. Der eine sagt, wow, finde ich toll, gefällt mir. Heute gehe ich nicht mehr nach Äußerlichkeiten. Unsere Zeit zeigt, dass unsere Geheimnisse alle in unserem Inneren liegen. Und dort geht es um das Thema Schwingung. Genau. Ergo, was will ich denn in meinem Umfeld? Meine Wohnung, ich bezeichne das als Lebensraum. Mein Lebensraum soll mich aufbauen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Unter meinem Bett steht XY, dass wenn ich nachts schlafe, die Information auf meinen Körper übertragen wird. In meinem Wasser ist XY und es wird vorher gewirbelt, dass es die Informationen in meinen Körper bringt, die mich fördern. Auf meinem Schreibtisch steht die Merkaba, dass die Schwingung im Raum ist. In meinem Wohnzimmer steht ein Shungit-Buddha, der den ganzen Raum erfüllt. An meinem Handgelenk ist eine Shungit-Kette, die mich entspannt. Und in meinem Wasser und so weiter und so weiter. Merken Sie, der Unterschied zwischen Wohnung und Lebensraum ist, dass der Lebensraum das Leben fördert, die Gesundheit fördert, die Fähigkeiten. Du hast es mit dem Sternzeichen toll erklärt. Also überlegen Sie sich, wollen Sie es nur schön angucken oder wollen Sie, dass auch eine Wirkung dahinter ist, die für Sie ganz wichtig ist. Weil schauen Sie nach draußen. Unsere Zeit ist so heftig. Wir werden von allen Seiten nur behämmert. Ob das Mobilfunkstrahlen sind, ob das irgendwelche Mist ist, der im Wasser ist, in der Luft, in unseren Nahrungsmitteln. Nahrungsmitteln, überall sind eigentlich Dinge drin, die dem Leben abträglich sind, anstatt zuträglich. Genau. Und dann müssen die Leute wieder zu dir kommen und du musst es wieder gesund machen. Ja, das stimmt auch. Ja, ja. Was ich noch erklären wollte über diesen Obelisk, über diese. Ja. Weil der ist auch speziell halt gemacht nach dieser ägyptischen Form. Nicht einfach ein Obelisk, sondern wirklich dieser ägyptische Obelisk. Warum das wichtig ist, weil dieser ägyptische Obelisk von der Philosophie her, das ist die Verbindung zum Schöpfer oder zum Gott, stellt es her. Okay. Und natürlich durch Schungit verstärkt man diese Verbindung noch zusätzlich. Wenn man das zu Hause hat oder mitnimmt, verbindet man sich noch intensiver damit. Und dann ist da natürlich auf dem Obelisk entweder Baum des Lebens oder Blume des Lebens. Sehr schön. Dann verstärkt es noch diese ganzen Eigenschaften noch zusätzlich dann. Ja, ja, ja. Von der Blume des Lebens oder von dem Baum des Lebens auch. Genau das Gleiche bei Einhängern passiert es. Alles, was Blume des Lebens macht, wird noch stärker. Das ist natürlich eine tolle Information. Das heißt, es verstärkt die Information, die die Blume des Lebens eigentlich durch ihre Emblemik von sich selbst heraus schon hat. Das wird nochmal verstärkt. Noch verstärkt, ja. Sensationell. Also mir gefällt das. Ich liebe das. Ich mag auch das Material. Wenn man es anfasst, es ist einfach angenehm. Ja. Wenn du den so in der Hand hast, also es fühlt sich einfach gut an. Und das sage ich immer, guck mal, das gibt es auch als Modeschmuck. Können Sie sich auch unter den Hals hängen. Also entscheiden Sie, was ist für Ihren Körper. Und Sie wissen ja, Sie kennen ja mein Motto für meinen Körper, innen wie außen, ist das Beste gerade gut genug. Warum? Er muss mich 70, 80, 90 oder 100 Jahre durch unseren Planeten, durch unser Leben begleiten. Und das ist nicht immer einfach. Also muss der Körper fit, hochschwingend und gut gewappnet sein, dass er das umsetzen kann. Genau. Und wie gesagt, über all das Wissen sollten wir uns mit der Wehr schlau machen, weil diese Dinge einfach heute wieder gebraucht werden, wo die Welt nicht mehr so ist, wie sie mal vorher war. Genau. Das stimmt. Also zwei Dinge will ich noch sagen, dann ist unsere Sendezeit schon wieder um. Bei uns im Shop ist die Kollektion nur begrenzt. Wir haben nicht alle Artikel, die im Sortiment sind. Wenn Sie sich die ganze Kollektion anschauen wollen, gehen Sie über die eingeblendete Website, lackmann-schungit.com. Dort finden Sie alle Produkte und, wie gesagt, nochmal erwähnt, auf der Lebenskraft kann Ihnen der Nikolai Rede und Antwort stehen zu allem, was Schungit betrifft. Alle Produkte können Sie dort finden und natürlich gleich mitnehmen und sich zu Hause erfreuen. Und für mich nach wie vor der Masterpoint ist der Buddha. Das ist einzigartig. Und wie gesagt, finden Sie auch nicht an jeder Ecke. Und ich habe ihn so in der Form und der Größe eigentlich noch nirgends gesehen, außer bei dir. Preislich will ich auch noch dazu sagen, hat die Kollektion hervorragende Preise. Warum? Nikolai Lackmann importiert direkt vom Hersteller und dann gibt es nicht dazwischen noch einen Händler und noch einen Händler und noch einen Händler. Und deswegen kann er auch gute Preise machen für sehr, sehr gute Qualität. Genau. Und schon geht es wirklich rein ohne Beimischungen oder sonst. Also da hast du auch drauf geachtet, dass du die höchste Qualität bekommst. Genau. Und der Hersteller selber achtet auch darauf. Sehr gut. Das ist natürlich der Bestand. Dass er wirklich gute Produkte macht und alles perfekt abläuft. Bevor die zu mir schicken, die kontrollieren alles. Nochmal. Ah, das hört man auch selten, dass man so genau darauf achtet. Man sagt ja immer, Russland, die machen zwar viel, aber sind nicht so genau in allem. Ja, ja. Aber jetzt, es scheint sich auch etwas zu verändern. Die neue Zeit kommt auch in Russland an. Genau. Und das ist wichtig. Nikolai, danke für die neuen tollen Produkte. Danke für die ganzen Informationen, besonders da davon, weil das ist wirklich ein Geheimnis. Das wird eigentlich nur unter der Hand weitergegeben, wie heilsam und wie pflegend Schungit ist. Nutzen Sie die Informationen, nutzen Sie die Produkte zu Ihrem Wohle. Und für alle Werbetreibenden verschenken Sie Dinge, die dem Leben zuträglich sind und nicht unsere Umwelt vermüllen. Am Schluss werden die ganzen Plastikdinger wieder irgendwo rausfliegen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Nikolai, vielen Dank. Immer interessant mit dir. Viele neue Informationen und weiterhin alles, alles Gute. Ja, danke schön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie die nächsten Informationen. Schauen Sie auch in den letzten Beitrag, den wir über Schungit gemacht haben. Da gibt es viele Informationen und Hintergründe noch. Und gehen Sie ins Internet, recherchieren Sie. Und dann holen Sie sich die beste Qualität für Ihr Zuhause. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.